Wie Sie Ihr Appetit zu steigern Ihren Appetiterhöhung kann eine heikle Angelegenheit sein, besonders wenn man essen unattraktiv oder kämpfen, um Gewicht zu gewinnen. Aber keine Sorge, es gibt viele Dinge, die Sie ausprobieren können, um Ihren Körper zu trainieren, mehr zu essen und Essen wieder genießen zu beginnen. Hier sind einige gute Vorschläge für einen gesunden Appetit-Kickstart. 1.Changing Ihre Essgewohnheiten Immer essen Frühstück. Sie haben es schon einmal gehört, aber das Frühstück ist wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Essen eine gesunde, ausgewogene Frühstück-Kick beginnt Ihren Stoffwechsel nach einer langen Nacht von nichts zu essen und bekommt Ihr Körper für den Tag bereit. Essen Frühstück wird Ihnen mehr Energie, sodass Sie den ganzen Tag mehr aktiv sein wird, Ihren Appetit so weiter zu erhöhen. Einige gute Möglichkeiten für eine gesunde, ausgewogene Frühstück gehören Vollkorngetreide, Joghurt, Müsli und frischem Obst und gesunde Fruchtsmoothies. Wenn Sie versuchen, Ihre Kalorien zuvor zu erhöhen, versuchen Sie auf einer Scheibe Vollkornbrot oder Toast etwas Etnisbutter zu verbreiten. Es ist lecker und voller gesunder Fette. Essen Sie kleine, häufige Mahlzeiten. Essen Sie häufig kleine Mahlzeiten. Statt der üblichen drei einen Tag ist ein guter Weg zu einem gesunden Appetit zu bauen. Menschen mit kleinen Hunger können oft von den großen Portionsgrößen in regelmäßigen Mahlzeiten ausgeschaltet werden. Kleine Mahlzeiten, auf der anderen Seite können, werden weniger abschreckend und weniger Füllung als große Mahlzeiten, während Sie immer noch essen. Häufig können Sie die gleiche Menge an Nahrung insgesamt zu konsumieren. Essen kleinere Mahlzeiten kann Ihnen auch helfen, zu fühlen sich wenige aufgebläht und trägen nach dem Essen. Das ist der Grund, warum viele Menschen mit den kleinen Hunger nicht genießen große Mahlzeiten. Versuchen vier bis sechs kleine Mahlzeiten pro Tag Essen übermäßig voll zu vermeiden Gefühl. Haben Sie keine Angst mit Konventionen zu brechen und essen, wann immer die meisten zusagt. Wenn Sie Ihre größte Mahlzeit am Morgen zu essen, anstatt am Abend, denn es gehen. Wenn Sie zum Abendessen zu brechen in zwei kleinere Mahlzeiten bevorzugen, das ist auch in Ordnung. Essen Sie gesunde Snacks. Gesunde Snacks essen können, wenn Sie Probleme beim Essen viel essen zu den Mahlzeiten haben helfen. Die kleinen Mengen können weniger abschreckend sein, während häufige Naschen kann Ihnen helfen, in die richtige Haltung, wenn es um Essen geht. Versuchen Sie setzen kleine Schalen Ihrer Lieblings-Snacks in häufig genutzte Bereiche rund um das Haus, wie der Küchentheke oder im Wohnzimmer Couchtisch, zu ermutigen, den ganzen Tag naschen. Wählen Sie Lebensmittel, die in gesunden Zucker hoch sind und Fette, wie Bananen, Avicados und Nüsse, schmackhafte Brotaufstriche und Dips wie Hummus oder frisch Käse oder salzige Leckereien wie Popcorn und Brezeln. Denken Sie daran, dass Snacks nicht anstelle von Mahlzeiten gemeint, gegessen zu werden, sondern zusätzlich zu Ihnen. So vermeiden Sie zu nah an den Mahlzeiten mal Naschen, sonst könnten Sie Ihren Appetit verderben. Wählen Sie Ihre Lieblingsspeisen. Essen mehr ist einfacher, wenn Sie essen Lebensmittel, der Sie wirklich genießen. Legen Sie einige Zeit und Vorbereitung in den Kauf und die Planung aus Mahlzeiten und Snacks, die Sie mögen. So sollte man sich nie nicht am Ende essen, nur weil es nichts im Haus ist, das Sie anspricht. 2. Wenn Sie derzeit Ihr Idealgewicht sind, sollten Sie nicht zu viel Sorgen um eine rein gesunde Ernährung leben. Wenn Sie Schokoladekuchen oder Pizza lieben, gönnen Sie sich ein wenig und lassen Sie sich Ihre Lieblingssüß- oder pikantleckereien zu essen. Doch zu viel fetthaltige Lebensmittel können Sie sich aufgebläht oder unwohl zu fühlen verursachen, so essen in Massen. Sie können auch versuchen, Ihre Lieblingskomfort-Lebensmittel oder Lebensmittel zu essen, der Sie zu Hause oder in der Kindheit assoziieren, denken deftige Eintöpferinfleisch oder Huhntopfkuchen. Sie können Lebensmittel, die Sie mit guten Erinnerungen verbinden einfacher zu essen. Vermeiden Sie abstoßend Gerüche. Lebensmittel, die besonders starke Gerüche haben kann überwältigend sein, und Sie können deaktivieren, um eine Schale vollständig zu essen, vor allem wenn man nicht besonders hungrig waren zu beginnen. Vermeiden Sie Lebensmittel wie Thunfisch oder stinkende Käse oder etwas, wenn man sie nicht passieren zu lieben, die einen Geruch hat, die Ihnen nicht gefallen. Denken Sie daran, dass warme Speisen in der Regel eher ein Aroma hat als kalte Speisen, so versuchen, mehr Sandwiches, Salate oder Aufschnitt von Fleisch zu essen, wenn Gerüche sind nicht Ihr Ding. Verwenden Sie Kräuter und Gewürze in der Küche. Auf der anderen Seite, Lebensmittel, die einen sehr angenehmen oder duftenden Geruch haben kann sehr ansprechend sein und könnte genau das Richtige sein Bauchrumpeln zu bekommen. Versuchen Sie Kräuter oder Gewürze zu Ihren Lieblingsspeisen hinzufügen, wunderbare Aromen zu erstellen und fügen Sie Interesse an Nahrung. Sie werden nicht mehr durchfaut und langweilig Lebensmittel abschrecken. Zimt ist ein Gewürz, das oft gesagt wird, auf natürliche Weise den Appetit anregen. Fügen Sie es zu Backwaren, streuen Sie ein wenig auf Toast mit Butter oder ein wenig zu einer heißen Tasse Kakao hinzufügen, seinen warmen und würzigen Aroma und Geschmack zu schätzen wissen. Kräuter wie Basilikum, Oregano, Thymian, Rosmarin und Fenchel können alle ein Interesse und Geschmack zu einer großen Auswahl an Gerichten. Experiment durch diese Kräuter in verschiedenen Gerichten, bis Sie eine Kombination finden, die Sie mögen. Essen Sie weniger Ballaststoffe. Faser, ein Nährstoff in Früchten, Gemüse und Vollkornprodukte, ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung. Allerdings faserreiche Lebensmittel können sehr reichhaltig sein, so kann es am besten sein, solche Lebensmittel in Massen zu essen, nur wenn Sie versuchen, den Appetit zu steigern. Es dauert länger für Ihren Körper zu verarbeiten ballaststoffreiche Lebensmittel als andere Arten von Lebensmitteln, weshalb es für die Menschen groß ist, der weniger zu essen versuchen, während immer noch genügend Energie den ganzen Tag. Aber wenn Sie versuchen, Ihren Appetit zu erhöhen, auf ballaststoffreiche Lebensmittel wie brauner Reis oder Nudeln und Vollkorngetreide zurückschneiden kann Ihnen helfen, mehr hungrig zu fühlen. Dies sollte nur als kurzfristige Lösung verwendet werden, aber als Faser für gesunde und normale Körperfunktion wesentlich ist. 2. Allgemeine Tipps Machen Sie Mahlzeiten angenehm Essen kann eine viel mehr angenehme Erfahrung sein, wenn Sie einige Mühe in eine angenehme Atmosphäre bei den Mahlzeiten zu schaffen. Zünden Sie ein paar Kerzen, legt ihr etwas Musik auf, oder sehen Sie Ihre Lieblings-TV-Show während des Essens. Versuchen Sie auch stressig Gesprächsthemen am Tisch zu vermeiden, vor allem, wenn Ihr schlechter Appetit ein Symptom der Angst ist. Übung Ein paar Übungen machen kann wirklich Ihrem Appetit anregen helfen. Ihr Körper ist so konzipiert, nach dem Kalorien zu verbrennen mehr Energie aus der Nahrung zu sehnen, sodass Sie immer hungriger fühlen nach dem Training. Sie müssen nicht in der Turnhalle in einem anstrengenden Werk-Out zu setzen, damit dies funktioniert, sogar einen flotten Spaziergang an der frischen Luft eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit-Appetit anregen helfen können. Wenn Sie untergewichtig sind, sollten Sie jede Form von anstrengenden Übung zu vermeiden, denn auch wenn Sie hungriger nach dem Training sein, das Essen, das man nur essen, die Kalorien ausgleichen Sie während des Trainings verbraucht, was nicht gut ist, wenn Sie versuchen, Gewicht zu gewinnen. Lassen Sie die anstrengende Übung, bis der Appetit verbessert und das Gewicht erhöht. Trinken Sie genug Flüssigkeiten Sie sollten zwischen 6 bis 8 Gläser Wasser oder Wasserbasisgetränke pro Tag zu trinken wollen. Eine Stunde ein Glas Wasser zu trinken vor und eine Stunde nach einer Mahlzeit kann bei der Verdauung helfen und sicherzustellen, dass es in den Magen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu viel zu essen ist. Sie sollten jedoch vermeiden, das zu viel Wasser direkt vor einer Mahlzeit zu trinken, da dies den Appetit verringern und geben Ihnen ein falsches Gefühl der Fülle. Bestimmte Kräutertees sind auch traditionell verwendet worden, den Appetit zu steigern, insbesondere Pfefferminze, Anis- und Lakritze-Tees. Versuchen Sie, eine Tasse oder zwei im Laufe des Tages zu trinken, Ihre Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen und möglicherweise den Appetit steigern. Halten Sie ein Ernährungstagebuch Ein Ernährungstagebuch zu halten, ist ein guter Weg, um die Probleme in Ihrer Beziehung mit Lebensmitteln zu identifizieren und zu verstehen, sodass Sie sie zu überwinden versuchen. Jeden Tag sollten Sie sich nur titzende Zeit machen, Sie hungrig oder der Lebensmittel fühlte, die Ihnen am Berufung eingelegt. Auf diese Weise können Sie die besten Zeiten und Lebensmittel für Sie identifizieren zu essen, sodass Sie Ihren Appetit zu maximieren. Sie sollten auch Hinweise Lebensmittel oder Gerüche machen, das Sie nicht ansprechend finden, so können Sie versuchen, sie in Zukunft zu vermeiden. Darüber hinaus wird ein Ernährungstagebuch zu halten ermöglicht es Ihnen, Ihren Fortschritt zu verfolgen, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind, das ist ein großer Vertrauensschub sein kann. Vermeiden Sie all ein Essen Es ist viel einfacher, Mahlzeiten zu überspringen oder zu vermeiden, zu essen, was auf dem Teller ist, wenn Sie häufig allein essen. Vereinbaren Sie Familienessen zu essen oder einen Freund einladen, um mit Ihnen zu essen. Sie werden die Erfahrung mehr genießen und vielleicht sogar vergessen, dass Sie essen. Andere Menschen um sich zu haben ist auch eine gute Idee, wie Sie ihnen Ermutigung bieten können und halten Sie verantwortlich für die Lebensmittel, die Sie essen nicht, wenn es das ist, was Sie wollen. Wenn mit der Familie Essen und Freunden nicht immer eine Option ist, sollten Sie ein Business-Frühstück-Club beitreten oder einen interessenbasierten Social-Club, wo man neben anderen für ein paar Mahlzeiten pro Woche speisen können. Verwenden Sie große Platten Essen Lebensmittel aus größeren Platten als üblich ist ein psychologischer Trick, die Ihr Gehirn führt zu glauben, dass Sie einen kleineren Teil der Nahrung essen. Auf diese Weise können Sie mehr als essen, wenn das Essen war hoch oben auf einem kleinen Teller gestapelt, auch wenn es genau die gleiche Menge an Nahrung. Mit bunten Platten und Ihr Essen in einer ästhetisch ansprechenden Weise an Ordnung ist auch gesagt worden Appetit positiv zu beeinflussen. 3. Increasing Appetit auf Bodybuilding Wiederherstellen Ihres Körpers HCL-Ebenen Wie bereits erwähnt, ist HCL eine wichtige Substanz Ihren Appetit zu erhöhen, wenn Bodybuilding HCL hilft im Magen Nahrung zu brechen, sodass Ihr Körper essentielle Nährstoffe zu absorbieren. Niedrige HCL-Werte wurden auch mit einem verminderten Appetit auf Protein in Verbindung gebracht worden, die für Bodybuilder schlechte Nachricht ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Proteindrinks, aber die meisten kommen in Pulverform, der Sie dann in Milch, Wasser oder Saft auflösen kann. Sie sollten sie vor oder nach einem Workout trinken, oder anstelle einer Mahlzeit, wenn nötig. Essen Sie schneller Beim Versuch, an jeder Sitzung mehr Nahrung zu konsumieren, kann es helfen, Ihr Essen ein wenig schneller, um zu versuchen zu essen. Die Forschung hat gezeigt, dass es bis zu 20 Minuten von der Zeit in Anspruch nehmen können Sie anfangen zu essen für Ihr Gehirn sendet Signale zu starten, es ist voll. Durch den Verzehr von Schneller, können Sie Ihren Körper in mehr Nahrung verbrauchen als üblich trick. Versuchen Sie größere Bissen zu essen und vermeiden Sie Ihre Gabel ablegen zwischendurch, so stellen Sie sicher, dass Sie alles gründlich kauen. Seien Sie gewarnt, dass Sie extrem voll fühlen, wenn Ihr Gehirn nicht registrieren, dass Sie genug gegessen haben. Doch im Laufe der Zeit wird Ihr Körper dieses Gefühl einstellen und Ihren Appetit erhöhen sollte, vor allem, wenn Sie auch die Intensität Ihrer Workouts steigen. Trinken Proteinshakes Wenn Sie Probleme haben, die großen Mengen an Nahrung zu essen notwendigen Muskeln aufzubauen, können Sie Proteinshakes trinken betrachten. Proteinshakes sind im Wesentlichen eine Art Ergänzung, die in einer leicht trinkbaren Form ein hohes Maß an Eiweiß. Sie sind hilfreich, wenn große Mengen an proteinreichen Lebensmittel konsumieren lässt sie aufgebläht und übermäßig voll zu fühlen.